Musik 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 Haben wir hier eine echte Taucheruhr mit 1000 Meter Wasserdichtigkeit? Eine Frage, die uns wohl niemand so genau beantworten kann, denn in dieser Wassertiefe hält sich wohl von uns eher keiner auf. Ja und somit moin, hallo und seid gegrüßt. Mit dieser Eddis Dive MYH6 stelle ich euch eine Taucheruhr mit 100 ATM, also einer Wasserdichte bis 1000 Meter vor. Bevor es aber so richtig losgeht, noch ein paar Sätze zum Original. Das Originalmodell dieses recht klobigen Divers ist eine HALIUS 1000M, kommt ursprünglich aus Vancouver, Kanada und hört auf den Spitznamen Puck. Es ist noch eine recht junge Marke, die im Jahr 2009 von Jason Lehm gegründet wurde und stark geprägt bzw. inspiriert von den Sportuhren aus den 60er Jahren sind. Zur Zeit werden auf der HALIUS Homepage nur drei Modelle angeboten. Eine davon ist die Seaford, das wohl gängigste und meistverkaufte Modell aus dem Hause HALIUS, das bereits schon in die vierte Version geht. Die Produktionspartner sind hauptsächlich in Asien ansässig und die Uhrwerke werden in der Regel aus Japan oder der Schweiz bezogen. Die abschließende Qualitätskontrolle und Tests finden aber nach eigener Aussage in Vancouver, Kanada statt. Die HALIUS Puck ist absolut selten und lange ausverkauft, aktuell neu nicht zu bekommen, aber auf dem Gebrauchtuhrenmarkt wird sie dennoch hin und wieder mal angeboten. Der Neupreis lag zum Start ihrer Einführung im Jahr 2012 bei 895 Dollar und wird gebraucht je nach Zustand und aufgrund ihrer Seltenheit zwischen 600 und 1000 Euro gehandelt. Den Spitznamen Puck erhielt die Uhr aufgrund der wuchtigen Uhrengrüße, die an einen Eishockey-Puck erinnert und weil Eishockey der Nationalsport in Kanada ist. Beides passt wie die Faust aufs Auge. Und ins Auge gefallen ist mir schon seit längerem das Puck-Modell von Edis Dive. Das Besondere an der Uhr von Edis Dive ist neben der beeindruckenden großen massiven Linette, dass sie ohne Hörner entworfen wurde. Sie hat keinen direkten Bandanstoß. Die 22 mm Bandaufnahme befindet sich unter der Uhr im Gehäuseboden und messen einen Abstand von 41 mm, wodurch die Uhr ihren schön und runden Look am Arm bekommt. Das erste, was einem beim Anschauen der Puck auffällt, ist das markante 316L Edelstahlgehäuse mit einem Durchmesser von 46 mm. Diese Imposanz verleiht der Uhr mehr Präsenz, als man es von einer Uhr dieser Größe erwarten würde. Außerdem ist die Edis Dive mit 14,2 mm ziemlich dick und sitzt hoch am Handgelenk. Mit dieser Höhe hat man beim täglichen Tragen schon ein bisschen Angst, dass man mit diesem dicken Johnny hier und da mal irgendwo gegenstoßen könnte. Die Frage ist nur, ob der jeweilige Gegenstand oder die Uhr dabei den kürzeren zieht. Am Handgelenk fühlt sich die Edis Dive mit einem Gewicht von 205 g inklusive Armband und allen Bandgliedern spürbar schwer an. Aber nach kurzer Tragezeit fühlt sich die Puck super bequem an und trägt sich wirklich gut. Wir haben hier an der Uhr eine sehr gut verarbeitete Keramiklinette, die eindeutig für den täglichen Gebrauch konzipiert ist. Für eine einfache Bedienung ist die Linette vollständig in das Gehäusedesign integriert. Der sägezahnartige Rand ist hier sehr schön gemacht, absolut nicht scharfkantig und trägt zur robusten Ästhetik der Uhr bei. Sie hat eine einseitig drehbare Bewegung mit 120 Klicks mit einem kräftigen Sound. Der Linetteneinsatz ist mit Leuchtmasse ausgefüllt, verfügt über ein klares Schriftbild und funktioniert bzw. lässt sich auch gut mit nassen Händen drehen. Die Linette der Puck ist mit fünf Schrauben an der Gehäuseseite befestigt und weist zwischen den Klicks nur ein sehr geringes Spiel auf, das bei normaler Verwendung am Handgelenk nicht spürbar ist. Laut Herstellerangaben verfügt diese echte Taucheruhr, die eine Wasserdichtigkeit von bis zu 1000 Meter haben soll, über ein integriertes Heliumauslassventil für unsere Sättigungstaucher, das sich unauffällig am Gehäuse zum Reindrücken auf 9 Uhr befindet. Ein Heliumventil lässt beim Sättigungstauchen und während der Dekompressionsphase Heliummoleküle entweichen und schützt eine Taucheruhr so vor Schäden. Jedoch für unsere ganz normalen Sporttaucher ist das Ventil aber eigentlich überflüssig. Auf 4 Uhr hat sie eine handgelenkschonende und gut drehbare verschraubte Krone, die mit dem Eddis Dive Logo graviert ist und wie man es von den Saiko Divern her kennt. Eine gewisse Ähnlichkeit zu der Saiko Thuner Taucherserie ist hier schon zu erkennen, die im Übrigen auch alternativ von Eddis Dive oder Steel Dive angeboten wird. Um die solide Konstruktion dieser Uhr abzurunden, hat sie ein verstärktes, doppelseitig gebogenes Saphirglas mit einer Antireflektionsbeschichtung bekommen. Das Ziffernblatt ist in einem schönen glänzenden Schwarz gehalten und die Minutenindizes sowie das Eddis Dive Logo sind sauber in Weiß gedruckt. Die großen applizierten Stundenindizes ragen aus dem Ziffernblatt hervor und sind großzügig mit BGW-9-Leuchtmasse gefüllt. Das Datumsfenster wurde gut integriert, in Schwarz auf 6 Uhr positioniert und lässt das Ziffernblatt sauber, harmonisch und aufgeräumt aussehen, wie man das von einer guten Taucheruhr erwartet. Die Schwertzeiger sind bei dieser Art von Uhr groß, kräftig und wuchtig. Sichtbarkeit und Ablesbarkeit stehen hier eindeutig im Vordergrund. Der Sekundenzeiger leuchtet auf seiner ganzen Länge und ist genauso hell wie die großen Indizes. Die Leuchtmasse auf den Zeigern ist extrem stark und die silbernen Ränder der Zeiger sorgen dafür, dass die Uhr auch im hellen Tageslicht gut lesbar ist. Ein kurzer Blick auf die Leuchtmasse, die ein schönes, kräftiges Blau hat und sich auf jeden Fall sehen lassen kann. An der Unterseite sehen wir das eingravierte Edis Dive Logo mit der Taucherbrille und den beiden überkreuzten Harpoon auf dem massiven, verschraubten Bodendeckel. Rechts und links sehen wir nochmal im massiven Gehäuse die angebrachten Bandanschlüsse, wo man durchaus auch andere Armbänder problemlos montieren kann. Das massive, sehr kräftige Edelstahlarmband besteht aus drei Teilen, die mit Pins gestiftet sind. Es ist durchgehend matt gebürstet, hat eine Gesamtarmbandlänge von 220 mm und macht auf mich einen qualitativ guten Eindruck. Die Edelstahlfallschließe mit Bügelsicherung ist hingegen sehr einfach gehalten und macht das, was sie soll. Sie bietet zwar insgesamt drei Mikroverstellpositionen an, aber wenn wir hier von einer Taucheruhr sprechen, fehlt meiner Meinung nach eindeutig die Taucherverlängerung. Ich kann damit leben, aber wie seht ihr das? Könnt es ja mal in die Kommentare hacken. Innen drin arbeitet ein zuverlässiges japanisches Seiko NH35 Automatikwerk mit den üblichen Gangwerten. Gangreserve ist 42 Stunden und hat eine Gangabweichung von plus 6 Sekunden pro Tag. Das ist mehr als okay. Diese Edelstahlpuppe gibt es aktuell in drei Farbvarianten. Einmal in einem schicken Grün, dann in einem kräftigen Blau und das klassische schwarze Modell, für das ich mich entschieden habe. Mein Fazit. Ich bin angenehm von der Uhr überrascht und die Qualität dieser Edelstahl ist einfach gut. Aber fange ich erstmal mit den negativen Punkten an, die eigentlich in diesem Preissegment nicht mal der Rede wert sind. Dennoch möchte oder muss ich sie ansprechen? Punkt 1 Die Taucherverlängerung, die hier eindeutig fehlt und für einen echten Diver einfach dazu gehört. Dann die Schließe, die zwar okay ist, aber bei dem massiven Klopper hätte es auch gerne eine massive Schließe sein können. Denn die Puck von Steeldive macht es ja vor. Ja und der letzte Punkt wäre, wenn man hier auf verschraubte Bandglieder gesetzt hätte. Ansonsten ist die Puck, die einen Preis von 80 bis 200 Euro hat, je nachdem, ob man sich die Uhr bei Ali oder Amazon ordert, durchweg positiv. Tolle Qualität, gute Verarbeitung, komplett aus Edelstahl, Kerameklinette, Saphirglas, 1000 Meter wasserdicht und ein Seiko Automatikwerk. Insgesamt macht es Spaß, diese Uhr trotz ihren hohen Gewichts, was einen aber ein Gefühl von Qualität gibt, zu tragen. Auch wenn sie vielleicht nicht jeden Geschmack trifft und nicht in allen Situationen und zu jedem Outfit passt, denke ich, dass sie im Vergleich zu anderen klubigen Diveren gut abschneidet und ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet. Wer also auf der Suche nach einer großen Uhr ist, die in keinster Weise protzig wirkt, ist bei der MYH6 von Edis Dive genau richtig. Das, meine Uhrenfreunde, soll es für heute mal wieder gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen und sage bis zum nächsten Mal Tschüss und macht's gut.